Hallo liebe Freunde, ich habe jetzt mal eine Bitte an euch. Kennt ihr mir diesen jungen Mann da hier auch schießen? Jungen Astragsführer, der den da umbringt, weil da Jammern waren. Er erzählt, er hat keine Freundin, keine Arbeit. Er knabelt ihn rum, hat Depressionen und ich will ihn gerne von der Depressionen erwischen. Oder besorgt ihm eine Frau, dass er endlich mal aufwärts zu jammern und zu klagen und vielleicht auch noch eine Arbeit, die mir Spaß macht, aber ich hoffe, er kann ihm helfen. Ich verzeige noch mit ihm, der ist so zum Kotzen, so penetrant, so grausam, furchtbar, sag ich euch. Furchtbar. Sein Bruder, der ihn nicht kennt, steht er hier und der. Wenn er das mal sehen sollte, dann knallt ihn ab oder kennt ihn eine Freundin, damit ich meine Ruhe habe. Ich kann euch ja sagen, wo er wohnt und wie heißt, ich blende mal kurz die Adresse ein. Ja. Da wohnt er da, wie er dafür ist. Aber ehrlich, ich bitte euch, entweder an eine Freundin oder knallt ihn ab. Und in diesem Sinne einen schönen Abend noch und bleibt gesund. است hierzu fern! Untertitelung des ZDF, 2020